Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Spiel, Hitman, heißt es ohne Untertitel, der zweite Hitman Teil auf meinem Kanal und die Verbindung wird hergestellt, wir können aber auch offline, ein Spiel das keine Rolle, aber wir lassen das Ding einfach mal verbinden. Wir spielen dieses Spiel auf eine Art und Weise jedenfalls mal durch und da das eben das Intro Pack ist, haben wir da die Beta vor allem drin mit den Probe-Missionen, den zwei und glaube noch Paris als Standort, aber lasst euch einfach überraschen in den nächsten Tagen, was an Episoden rauskommen, beziehungsweise an Folgen auf meinem Kanal über dieses Spiel. Ich freue mich richtig drauf und jetzt folge erstmal die Intro-Sequenz. Da sind wir, AGN 47, genau das haben wir ja alles schon bei der Beta gesehen, bei meinem Review. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch natürlich immer noch jederzeit angucken, um eine Meinung über dieses Spiel zu hören, aber jetzt kommt die Zwischensequenz. Ich bin in der Handler-Programm, Agents und Handler-Programm, die Arbeit in Unity arbeiten. Du kennst die Exprision, kennst du, was du, was du? Na, das ist mein Job. Kennst du, was du, was du, ist nur eine Halbzeit. Ich weiß, du musst auch selbst wissen, ich arbeite. Ich habe einen Karten. Ich habe einen Karten, hochwertig. Ich habe einen Karten. Es ist ein Teil nach der Hand, aber ich denke, viel Arbeit nicht ist. Ich sage, was das fühlt sich so, um Leben zu nehmen? Um, was ich bin? Ich bin hier, weil wir uns testieren können. Vielleicht bin ich nicht der einzige, der sich testiert. Na gut, wir sind hier. Basis Training beginnt bei 0.600 Uhr. Ich sollte... ...leiten Sie sich vorbereiten. Du bist sicher? Ich bin. Keine Chance gibt es, Frau Burnwood. Nicht hier. Ich wähle ihn. Ich kann mich überlegen, warum. Ein Schlauch? Antisocial? Apathetic und nichtantwortlich? Keine Chance, dass der Bue Show's promise ist, aber... Vielleicht sehe ich die Möglichkeit, wo andere sehen die Grenzen. Das ist nicht das, was ein Handler macht, Herr? Wir sehen. Wer kann jemanden töten, Frau Burnwood. Er noch nicht erinnert? Wenn er er, er nicht beendetert. Wir werden uns auf seine Geschichte beobachten. Der Hospital in Rumänien. In der Zwischenzeit, ihn unter der Karte. Ich bin. Ich bin. Ich bin. der Angie und auch aus Salernibal drastet. Der Ziel badner vor allem für leichte, der Lampen drumherum ist, auch als sending los. Der Schlauch f결zedert. Der in der Rственnacht, der spezialisiert geringer und preis pi limitiert, Ein против, So, jetzt sind wir hier, da wo waren wir auch in der Beta im Review, habt ihr es gesehen, genau diese Missionen hier, wir können hier, hier lagen Waffen bei der Beta, die liegen hier nicht mehr, aber wir machen einfach mal das, was das Spiel von uns will und wir gehen auf die Landungsbrücke zu, die haben wir da vorne. Alles klar, mit ihrer jetzigen Kleidung sind sie nicht an Bord erlaubt, sie müssen den Frachtbereich hinter dem Zaun infiltrieren, um deine Kleidung zu finden. Das werden wir tun und die finden wir da hinten. Lautloses Ausschalten, Attacken von hinten sind ziemlich leise, Frontalattacken und Schüsse von Waffen ohne Schalldämpfer sind sehr laut und erregen Aufmerksamkeit. Gut, dann hauen wir ihn um. Gute Nacht. So, jetzt verkleiden wir uns als Mechaniker. So, Tür zu und raus. Dann sind wir total unauffällig. Keiner kennt uns. Bedrohungen. Personen, die als Bedrohungen markiert wurden, werden sie verdächtig finden. Achten sie darauf, nicht von ihnen gesehen zu werden. Also das sind die Leute mit dem Punkt über dem Kopf. Die können uns durchaus erkennen, deswegen meiden wir die Leute. Die Zielperson haben wir auch schon auswendig gemacht. Entschuldigung, Entschuldigung. Danke. So, das ist unser Ziel. Hallöchen. Okay, dann halt nicht. Ja, dann geh halt. Okay, wir könnten zum Beispiel hier diesen Becher vergiften. Aber dafür müssten wir ja auch erstmal Gift finden. Okay, wir dürfen nicht rein. Ihn hier. Er wird noch wichtig sein. Aber da das natürlich Training ist, machen wir das, was das Spiel von uns will. Gegenstände werfen. Wenn sie Personen mit stupfen Gegenständen werfen, werden diese bewusstlos fallen und nicht getötet. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Tür zu. Den nehmen wir. Den werfen wir in den Kopf. Und gute Nacht. Okay. Unlike Mechanics, die Cabin-Crew ist allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. So. Achtung, Lady. Hey. Yacht-Crew ist klar. Yacht-Crew ist klar. Impressiv. Da ist er. Bedrohung. Ritter kennt seine Besatzung. Sie können Verdacht vermeiden, indem sie an der Bar untertauchen. Gut, jetzt kennt er uns natürlich, weil wir eben zu seiner Crew gehören. Deswegen müssen wir hier ein bisschen was machen und rumstehen. Dann erkennt er uns nicht, wenn wir hier einfach so stehen. Ja, ihr merkt schon, die Logik in diesem Spiel ist natürlich nicht ganz so, wie sie sein sollte oder wie sie normalerweise wäre. Aber gut. Hier haben wir wieder ihn. Ich sagte, er könnte wichtig werden. Wir haben natürlich tausend Wege, um an das Ziel zu kommen. Wir könnten auch uns als ihn ausgeben und den Herrn Ritter dann töten. Aber, da das hier Training ist, machen wir das mal so, wie es das Spiel von uns möchte. Deswegen läuft das jetzt halt so und nicht anders. Wir können ja, vielleicht mache ich auch mal, ähm, keine Ahnung, einen Zusammenschnitt oder so von den anderen Tötungsvarianten oder sowas. Oder, ihr könnt es auch selber spielen für 15 Euro. Das ist nicht wirklich viel Geld. Und, ja. Gut. Dann mal hinterher. Auch diesen Becher könnten wir vergiften, wer auch immer daraus trinkt. Ich weiß es nicht. Den Feuerlöscher könnten wir nehmen, aber der bringt uns nix. Ja, ich mag diese Uniform. Aber du kannst hier nicht durchkommen. Sorry. Gut. Dann eben einen anderen Weg. Sollen wir die Büste nehmen? Was ist denn hier drin? Darf ich da aufs Klo? Hier hat's nix. Also, wenn's hier was gegeben hätte, wär das ziemlich lustig gewesen. Dann hätten wir irgendwas machen können. So können wir das jetzt nicht. Ach so. Okay. Speichern und laden geht so. Wir können also jederzeit und überall speichern. Um dann direkt es nochmal zu probieren. Und dann müssen wir nicht die ganze Mission von neu starten. Die Pistole soll's sein. Und jetzt. Und jetzt. Ihr Target ist down. Jetzt gehst du an den Exit. Well, Mr. Ritter, ich muss dir sagen, ich hatte dich als eine viel mehr organisierte Person. Also ich... Mr. Ritter? Mr. Ritter? Huh? Jeez. Sind Sie okay? Wenn Sie... Ihn hätten wir jetzt nicht unbedingt töten müssen, oder wir haben ihn ja nicht getötet. Aber er ist auf jeden Fall ausgenockt. Und jetzt gehen wir einfach ganz entspannt von Bord. Bis die... Die Leiche entdecken, sind wir schon lange weg. So. Grüß Gott. Oh, hier sollten wir nicht runter, weil uns der Typ erkennt. Deswegen. Anderer Weg. Ach, grüß Gott. Der könnte uns auch erkennen, aber das tut er jetzt nicht. Ach. Wie ihr seht, wir sind 10 Minuten hier und haben die Mission eigentlich schon so gut wie erledigt. Das geht jetzt auch nur so schnell. Weil natürlich alles vorgeschrieben ist. Wir wissen ja, was wir machen müssen und keine Ahnung, das Spiel nimmt uns sehr, sehr an der Hand. Und somit haben wir es jetzt schon geschafft. Den ersten Trainingsauftrag. Challenge complete. Good work, man shot. Und das hätten wir jetzt natürlich auch auf tausend anderen Art und Weisen versuchen können. Aber das war natürlich der einfachste. Und das war natürlich auch so gut. Perhaps it would be better to just Give me a chance, sir Give him a chance I will take full responsibility Very well It's your show Welcome back, Initiate As an ICA agent Every challenge you face can be overcome in multiple ways Complete this exercise again This time attacking it from a different angle Very your strategy Improvise We will be watching Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge Wir sehen uns, bis dann und tschüss